Frau Rittmann, wie geht es Ihnen heute? Ich bin heute sehr aufgeregt, weil für mich ein ganz neuer Lebensabschnitt beginnt. Wie lange haben Sie Ihren heutigen Arbeitstag geplant? Also bis 16 Uhr, 17 Uhr oder? Solange es dauert. Ihr Schreibtisch wird heute noch nicht eingeräumt? Nein, der wird heute noch nicht eingeräumt. Heute gilt meine ganze Zeit den Mitarbeitern. Ich möchte mich bedanken, dass Sie alle gekommen sind. Das ist ganz großartig. Das freut mich sehr. Es ist ja guter Woche, es ist eine sehr schlechte Uhrzeit und deswegen freut es mich ganz besonders, dass Sie da sind. Ich muss sagen, die Verantwortung liegt schwer, aber ich kann sie tragen. Ich freue mich auch auf eine gute Zusammenarbeit. In diesen acht Monaten, die wir jetzt auch gemeinsam gewartet haben, da haben wir ja schon gesehen, dass es zwischen uns funktionieren kann. Und da werden wir alle alles dafür tun, dass es weiterläuft. Dankeschön. Normalerweise hätte es ja am 1.1. Anfang gewesen sein, aber Sie haben ja sieben Monate, acht Tage gebraucht, um hierher zu kommen, aber Sie haben eine gute Entschuldigung gehabt. Aber jetzt fängt Ihre Amtszeit an und Sie dauert ja dafür sieben Monate, acht Tage länger. Ja, das war Rass. Also in acht Jahren bleiben, weil manche Leute gefragt haben, ob jetzt die Zeit abgezogen wird. Ganz klar, ab heute acht Jahre sind Sie gewählt. Man darf es auch ganz realistisch sehen, andere Bürgermeister freuen sich acht Jahre über Ihre Wahl, ich fast neun. Und dann mache ich das heilig. Das erste und wichtigste heute Dienstantrittsanzeige, sehr geehrte Damen und Herren. Hiermit zeige ich Ihnen an, dass ich am 18. August 2017 meinen Dienst als Bürgermeisterin der Stadt Erdenheim angetreten habe. Und richtig lächeln, aber wirklich, ja? Super, ganz schön. Wir freuen uns ja auch wirklich. Wenn Sie mal hier so rumgucken, wie gefällt Ihnen das Büro? Es ist sehr, sehr düster. Das heißt, da fliegt was raus. Mir wurde gesagt, dass diese Einrichtung aus 1978 sei. Das ist mein Geburtsjahr. Ich denke durchaus, dass man vielleicht mal was erneuern könnte. Was glauben Sie, was Sie jetzt hier erwarten an dem Schreibtisch? Hoffentlich viel Arbeit. Natürlich als allererstes, was auch kein Geheimnis ist, die finanzielle Situation der Stadt Erdenheim. Das heißt, der Herr Möhrlein hat Ihnen hier 33 Millionen Euro Schulden hinterlassen. Was ist jetzt das Erste, was Sie angehen werden? Sagen wir mal, die Stadt Erdenheim hat im Moment Schulden. Es sind eine der am höchsten verschuldeten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis. Und natürlich müssen wir jetzt gemeinsam darüber nachdenken, wie wir das wieder ändern können. Haben Sie schon Ideen? Die würde ich heute natürlich nicht verkünden. Das sind Ideen und Ideen werde ich, was auch künftig so sein wird, immer zuerst mit dem Gemeinderat absprechen, bevor ich es bei der Presse sagen werde. Untertitelung des ZDF, 2020